Seht mal, da rollt das Riesenfleischbällchen. Wir kommen, Crusher. Und diesmal kann uns wirklich gar nichts aufhalten. Denn wir haben ja Roboter-Power. Joho, hier finde ich sicher einen Schatz mit Gold und Edelstein. Und ein Riesenfleischbällchen. Ein Riesenfleischbällchen? Hi-ya-hu-ha-hey! Ich will hier bitte endlich raus! Hi-ya-hu-ha! Ja, ich auch! Hi-ya-hu-ha! Rettet uns endlich, denn sonst rollen wir alle gleich in den stinkigen Sumpf. Stinkiger Sumpf? Stinkiger Sumpf? Wir müssen uns beeilen. Sie dürfen nicht in den stinkigen Sumpf reinrollen. Tja, dann sollten wir jetzt lieber Turbo-Schnell sein. Wow! Damit wir Turbo-Schnell werden, ruft Keep Speed! Keep Speed! Roboter auf zur Rettung! Um das Fleischbällchen zu stoppen, müssen wir fester ziehen. Hilft mit! Erhöhen wir unsere Zielkraft auf fünf. Zählt bis fünf mit uns! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Es funktioniert! Wir werden stärker! Ihr habt recht, Töner! Wir rasen immer noch auf den stinkigen Sumpf zu! Kommt schon, Roboter! Wir müssen noch viel fester ziehen! Hilft uns, unsere Kraft auf zehn zu erhöhen. Zählt mit uns! Fangt bei fünf an! Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Ach, zwecklos! Wir landen gleich im stinkigen Sumpf! Los, nicht aufgeben, Roboter Blaze! Wir müssen nur noch fester ziehen! Hilft uns, dass wir noch fester ziehen können! Mit einer Kraft von fünfzehn! Zählt mit uns! Fangt bei Zähnen an! Zehn und elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn! Oh ja! Nein! Ach, jachs! Ah! Roboter! Power! Juhu! Festhalten, Freunde! Ja, ihr habt's geschafft, Roboter! Ihr habt uns gerettet! Ist doch gern geschehen, Leute! Hallöchen, Crusher! Bist das wirklich du? Und ob, mein kleiner Freund! Und man, bin ich froh, dass du in Sicherheit bist! Hey, nach all der Aufregung hab ich irgendwie total Hunger! Ja, das hab ich auch! Groovy! Aber wo kriegen wir jetzt was zu essen her? Tja, ich kenne deinen perfekten Ort! Und, Picky, hattest du Spaß als Roboter? Nen Riesenspaß! Riesenfleischbällchen-Spaß! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Familie Picky, das sind wir! Denn wir sind so gerne Pickys! Zusammen zelten wir in dem Revier! Wir sind gewandt und rasant und dazu auch noch verwandt und darum sind wir als Familie gerne hier! Meine Cousin Gier. Ich bin Ben. Ich bin Ken. Und ich bin Sven. Und keine Arbeit ist uns hier zu schwer. Und meine Schwestern. Lilly. Tilly. Und Tilly. Das Spielen an der Luft gefällt uns sehr. Familie Tiki, das sind wir. Denn wir sind so gerne Tiki's unser Stamm. Und er ist wirklich eine Zier. Weil wir ganz witzen und pitzen uns gegenseitig kitzeln. Dann sind wir gern als Grußfamilie heute hier. Das ist mein Opa. Seht, was ich an der Angel hab. Den dicksten blauen Fisch, den es bisher je gab. Ich bin kein Fisch. Das gab's bisher noch nie. Probier vielleicht mal die. Die Brille lag vergessen auf dem Fisch. Grußfamilie. Tiki, das sind wir. Denn wir sind so gerne Pickies. Zusammen zelten wir in dem Revier. Wir sind gewandt und gransamt und dazu auch noch verwandt. Und darum sind wir als Familie gerne hier. Denn Zusammenhalt ist unser Elixier. Wir sind's noch mal Pickies. 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 Oh, ging wieder fix. Er muss in der Höhle da sein. In dem komisch aussehenden Berg. Das ist kein Berg. Das ist ein Vulkan. Oh, hey. Vulkan oder nicht Vulkan, mir egal. Ich geh da jetzt rein und rette ihn. Und zwar mit Hilfe von Blaze. Pickies. Die kriegst du, Pickies. Die kriegst du, Pickies. Opa! Pickies. Bin ich froh, dich zu sehen. An diesem Felsen hier kommt mir irgendwas sehr komisch vor. Äh, Opa! Setz doch mal kurz die Brille auf! Was? Ah, jetzt sehe ich es auch. Der Felsen, auf dem ich bin, zerbricht gerade. Oh nein! Opa! Er ist zu schwer für den Felsen. Der bricht unter der Last. Wir müssen irgendwie darüber kommen und ihn retten. Schnell! Die benutzen mein Abschleppseil, um uns über die Lava auf diese Felsen zu schwingen. Aber vorsichtig! Nur die stärksten Felsen können unser Gewicht tragen. Helft uns, den stärksten Felsen zu finden. Der stärkste Felsen ist auch der größte. Welcher Felsen ist der größte? Der Felsen! Ja! Bereit, Picky? Ja, bereit! Juhu! Der Felsen zerbricht nicht. Wir haben den richtigen ausgesucht. Fürs letzte Mal schwingen brauchen wir den größten Felsen, der keine Risse hat. Welcher ist der größte, der keine Risse hat? Der da! Ja! Ja! Ich komme, Opa! Picky fliegt los! Du hast es geschafft! Du hast mich gerettet, Picky. Ach, ich bin so stolz auf dich. Ach, danke, Opilein. Und jetzt, wo du sicher bist, können wir das Lagerfeuer machen und Marshmallows rösten. Oh, ich hab voll richtig Hunger auf die Marshmallows. Hör dir nur mal meinen Magen an. Aber, Opa, das ist doch nicht dein Magen. Das ist der Vulkan, der gleich ausbricht. Der Vulkan, der gleich ausbricht? Wir müssen so schnell, wie es geht, hier weg. Alle gut festhalten. Ich schleppe uns sicher hier raus mit Turbo Speed. Wow! Um Turbo schnell zu fahren, ruft Keep Speed. Keep Speed! Yeah! Ja! 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 Sieh dir doch mal die vielen Wolken an. So viele interessante Formen. Da, die da. Die sieht aus wie ein Schnurrbart. Was? Und diese Wolke sieht aus wie eine riesige Brille, finde ich, oder? Und die da sieht aus wie ein riesengroßes Hühnchen. Ein Hühnchen! Ich will nicht mehr in den Wolken sein. Ich will wieder runter! Ach, ist schon gut, Crusher. Blaze und AJ werden uns retten. Glaubst du das wirklich? Aber sicher doch. Und wenn wir Glück haben, retten sie uns, bevor wir noch gegen irgendwas krachen wie... Oh, das! Oh, nein! Das ist eine große, stinkende Müllhalde! Blaze, sieh mal! Crusher und Picky sind in großen Schwierigkeiten. Wir müssen uns irgendwie da hochfedern und sie abfangen, bevor sie in diesen stinkenden Müllhaufen krachen. Hey! Ich weiß was. Benutzen wir doch eine Hüpfstange. Eine Hüpfstange hat eine riesige Sprungfeder im Inneren. Und wenn man auf die Feder drückt, schnellt sie zurück und schleudert ein super hoch. Alles klar. Jetzt bin ich eine Hüpfstangen-Monster-Maschine. Wow! Rostfleck! Wir müssen uns beeilen. Sie kommen der Müllhalde immer näher. Schnell! Steig auf! Ja! Da ist Blaze als riesengroße Hüpfstange. Oh, wow! Der kann ja gut hüpfen. Bealt euch. Wir fliegen gleich in den Müllhalde. Um die Rakete einzuholen, müssen wir noch zehnmal hüpfen. Zählt die zehn Hüpfer mit uns. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da ist Luis. Springt rüber. Ja, geschafft. Sehr gut gehüpft, Blaze. Sie haben's geschafft, Crusher. Blaze und AJ haben uns gerettet. Ja, gerettet. Toll. Können wir jetzt bitte runter? Oh, wartet. Mir fällt da gerade was ein. Jetzt, wo Crusher und ich gerettet sind, können wir ja nochmal auf den Rummel gehen und noch mehr Spiele spielen. Das ist eine super Idee, Picky. Alle Mann festhalten. Jetzt hüpft Blaze blitzschnell wieder zurück. Warte, hüpfen? Wer hat denn etwas von Hüpfen gesagt? Ohohohoho. Wow. Gewonnen. Oh, ho, ho! Bravo für Zell! Yeah! Na! Juhu! Los, Schlag ein! Wow! Ist das nicht toll, Crusher? Wir alle sind Gewinner! Ach ja? Aber keiner ist ein größerer als ich! Ich gewinn das Spiel doch mitten links! Pass auf! Oh, ganz dicht daneben! Oh, knapp daneben! Auch vorbei! Oh! Stützchen weiter links! Nein! Und nochmal vorbei! Puh! Also der letzte Ball war echt ganz knapp daneben! Das Spiel schafft doch keiner! Na ja, man kann wohl nicht immer gewinnen! Oh! Wow! Oh, oh! Was ist denn los? Darington, du bist im Eis festgefroren! Festgefroren? Oh nein, das ist ja furchtbar! Keine Sorge, Kumpel! Wir beide finden was, wie wir dich rauskriegen! Hm, wir müssen das Eis zum Schmelzen bringen! Richtig! Aber dafür müssen wir es irgendwie erhitzen! Ich weiß, wie wir es schmelzen können! Und zwar mit superheißer Luft! Und wir kennen doch ein Gerät, das heiße Luft pustet! Und zwar ein Föhn! Und jetzt festhalten! Der Riesenfön wird schon heiß und ist bereit zum Pusten! Es funktioniert, Blaze! Das Eis schmilzt und wird zu Wasser! Sieht mal! Mein Reifen ist frei! Und mein anderer auch! Geschafft! Ich bin frei! Danke, Freunde! Gern geschehen, Darington! Meine Güte, wer war das denn? Ich war's nicht! Ich auch nicht! Und ich auch nicht! Also, war's wohl der da? Rostfleck! Das ist der größte Dickhorn-Truck, den ich je gesehen habe! Verschwinden wir lieber! Fünf! Rostfleck! Ja! Ah! Da lang, Leute! Folg mir! Ja! Rutschen wir! Ja! 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 War das eine Fahrt. Ja, aber wo ist denn Derrington? Derrington! Toller Stunt, Derrington. Schlag ein. Tja, Leute, ich glaube, heute fährt niemand über die Stuntmania-Superstrecke. Oh. Halt mal, da kommt jemand. Es ist Derrington. Er ist zurück. Juhu! Ja! Klasse, er hat es geschafft, er hat es geschafft. Ich wusste, dass er es schafft. Gut gemacht, Derrington. Jetzt kannst du endlich die Superstrecke fahren. Danke, Blaze. Aber eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, die Strecke ganz alleine zu fahren. Wieso nicht, Derrington? Wieso? Na, weil ich mit euch zusammenfahren möchte. Mit meinen besten Freunden auf der Welt. Na kommt, was sagt ihr? Ja! Na dann, los! Und sie fahren hoch, Derrington und Blaze, bis ganz nach oben an den Start. Superstrecke, jetzt kommen wir! Und sie sind gestartet. Da fahren sie Seite an Seite. Sie rasen förmlich durch die Loopings durch. Sie kommen nun um die letzte Kurve und fahren zu auf den bremenden Stern. Werden sie es schaffen? Ja! Derrington! Hopp dich! Sie haben es geschafft! Sie haben die Stuntmania-Superstrecke bezwungen! Wir haben es geschafft! Wir sind sie gefahren! Das haben wir, Derrington. Und zwar gemeinsam. Juhu! Es funktioniert! Großartig! Wir haben es geschafft! Super gemacht, Blaze! Ich wusste, du kannst das! Danke, AJ! Aber ohne dich wär's nicht gegangen. Du bist der beste Freund, den ein Monster Truck jemals hatte. Beste Freunde schaffen eben alles! Die Melodie bedeutet, dass das Rennen gleich anfängt! Wir müssen schnell zurück zum Start, bevor es zu spät ist! AJ, drück auf die Tube! Auf die Tube! Ja! Ja! Der Sieg gehört schon mir, denn Blaze ist ja nicht hier! Dann würdest dich überraschen sehr, denn der Blaze kommt wieder her! Da ist Blaze! Er ist gerade noch rechtzeitig zurück, um beim Rennen zu starten. Oh ja! Viel Glück, Blaze! Hey, Crusher, hast du mich vermisst? Renntrucks, startet die Motoren! Wer als Erster durch die Ziellinie oben auf dem Drachenberg fährt, gewinnt! Ha! Und das bin auf jeden Fall eh nicht! Das werden wir ja gleich sehen, Crusher. Auf die Plätze! Fertig! Los! Blaze, 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 Blaze! Los, Crusher! Ah! Uff! 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 Ja! Juhu! Juhu! Blaze, sieh doch! Wir sind gleich oben auf dem Drachenberg. Ich will das Rennen gewinnen! Ich weiß auch schon wie. Ich werde schimmeln! Ein letztes Mal! Achtung! Puh, das war knapp. Sieht aus, als ob ich der Erste wäre an der Ziellinie. Niemals! Wir können ihn immer noch einholen. Komm schon, Blaze! Es wird Zeit für den Turbo-Speed! Du sagst es, AJ! Jetzt brauche ich eure Hilfe, damit Blaze super schnell fahren kann. Ruft, gib Speed! Gib Speed! Juhu! Ja! Festhalten! Juhu! 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 Dann ist die Ziellinie! Jetzt kann ich dich defanieren! Hi! Dup, 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 dup! Plays und AJ gewinnen! Chassel! Das ist ja unglaublich. Was für ein Rennen, Leute! Plays und AJ sind die Sieg! Ja, Crusher dachte, wenn er schummelt, gewinnt er. Aber er hat dabei eins vergessen. Beste Freunde schaffen alles. Hört euch nur diesen Beifall an. Ich kann nicht glauben, dass die mich schon wieder besiegt haben. Eklig. Drachenatem. Nicht schon wieder. Blaze, guck mal. Da ist ein riesiges Matschfeld. Und mittendrin steckt Zack. Zack noch immer hier. Oh Mann. Wir müssen Zack schleunigst aus dem Matsch rausziehen. Kommt mit. Wir müssen mit Turbospeed fahren, damit wir super schnell dort sind. Damit ich Turboschnell fahren kann, ruft Keep Speed. Keep Speed. Wuhu. Blaze. Hey, Jay. Halt noch ein bisschen durch, Zack. Wir kommen und retten dich. Äh, aber Blaze. Wie sollen wir denn zu Zack kommen? Wir können doch nicht durch den Matsch fahren, sonst bleiben wir auch stecken. Ich weiß. Deshalb müssen wir uns wieder was einfallen lassen. Wir müssen uns eine Methode überlegen, wie wir zu Zack kommen, ohne den Matsch zu berühren. Blaze. Wie wär's, wenn du so große Flügel hättest wie die Flugsaurier? Dann könntest du zu Zack rüberfliegen und ihn rausziehen. Ja, lasst uns überlegen, wie man Flügel baut, damit ich wie ein Flugsaurier fliegen kann. Als Grundlage brauchen wir ein Gerüst, das den Flügeln ihre Form gibt. Um das Gerüst zu bauen, ruft Gerüst. Gerüst. Gut, jetzt bespannen wir es mit einer superleichten Folie. Die superleichte Folie drückt gegen die Luft und hilft uns beim Fliegen. Um das zu bauen, ruft Superleichte Folie. Superleichte Folie. Jetzt bin ich eine Flugsaurier-Monstermaschine. Tolle Flügel, Blaze. Probieren wir sie mal aus. Hohoho. Ich kann fliegen. Fantastisch. Unser Entwurf funktioniert. Kommt mit. Jetzt ziehen wir Zack aus dem Matsch. Ja. Hey. Oh oh. Matschblasen. Wartet, sagte er gerade. Matschblasen. Matschblasen. Oh oh. Oh oh. Da. Oh oh. Wir müssen den matschig-pappigen Matschblasen ausweichen. Helft mir auszuweichen, damit ich nicht getroffen werde. Wenn ihr Matschblasen aufsteigen seht, ruft Matschblasen. 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 Super ausgewichen. Macht euch bereit. Gleich kommen noch mehr Blasen. Jedes Mal, wenn ihr welche seht, ruft Matschblasen. 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 Blaze, guck mal. Sec ist direkt unter uns. Hier, Zack! Halt dich fest! Please, du fliegst ja! Und jetzt fliegst du auch! Wir haben's geschafft, Zack! Jetzt bist du in Sicherheit! Guck mal, da unten sind deine Dinosaurierfreunde! Hallo, Dinosaurierfreunde! Zack ist auch froh, wieder bei euch zu sein. Nur dank Blaze und AJ haben Zack gerettet. Hab ich doch gern gemacht. Mit diesem Kolben bin ich endlich der beste Monster Truck der ganzen Welt! Ich muss ihn nur noch aus dem Matsch da holen, dann gehört er mir! Lass ihn los, Crusher! Es ist Blaze! Ja, Picky, ich weiß, wer er ist. Dieser Kolben gehört Starla, verstanden? Ha! Tja, jetzt gehört er mir und ich geb ihn nicht zurück! Wir müssen Blaze helfen, ihn zu kriegen. Visierblick aktivieren! Jetzt können wir sehen, wie kraftig jeder zieht. Blaze-Kraft ist fünf und Crushers-Kraft ist vier. Welche Zahl ist größer? Fünf oder vier? Fünf, ja! Das bedeutet, Blaze zieht mit mehr Kraft! Crusher, ich denke, er gewinnt. Das denke ich nicht! Blaze muss mit einer Kraft ziehen, die größer ist als sieben. Welche Zahl ist größer als sieben? Zehn! Wir haben den Kolben! Klasse! AJ, drück auf die Tube! Blaze! AJ, schon zurück? Und nicht nur das, Starla! Ihr habt meinen Kolben! Ja! Klasse! Das habt ihr gut gemacht! So, funktioniert wieder! Und Starla, wie geht's dir? Jeeha! Kolben gut! Ja! Schlag ein! Ach, Jungs, ich kann euch zwei gar nicht genug für eure Hilfe danken. Das haben wir doch gern gemacht. Ein Glück geht's dir gut und du kannst wieder rennen fahren. Hm, das ist wahr. Ich kann wieder rennen fahren. Hey, Leute! Wer will ein Rennen fahren? Ich will, ich will! Zack liebt rennen! Und ich auch! Juhu! Was meinst du, AJ? Fahren wir auch? Bereit und startklar! Ja! Los geht's! Stripes, ist alles in Ordnung? Ich glaub schon! Wow! Das ging aber tief runter! Äh, Stripes? Ich glaube, etwas stimmt nicht mit deinem Reifen. Mein Reifen? Er ist kaputt! Oh nein! Wie soll ich hier mit einem kaputten Reifen je wieder rauskommen? Stripes steckt echt in Schwierigkeiten. Wir müssen ihm helfen. Den Reifen kann ich reparieren, aber zuerst muss er wieder aus diesem Loch raus. Ich weiß wie! Wir retten ihn einfach mit meinem Abschleppkran. Genau! Mit den Abschleppkräften von Blaze ziehen wir Stripes einfach wieder hoch. Abschlepp-Team! Bereit zum Einsatz! Juhu! Hast du grad ein Problem? Wir schleppen dich ab, schleppen dich ab. Bringen dich wieder heim. Mit unserem Truck, mit unserem Truck. Wir sind schon auf Position. Vollgas und rasen davon. Das Abschlepp-Team all zum Einsatz. Ja, unsere Kraft, die kann niemand toppen. Das Abschlepp-Team all zum Einsatz. Wir sind so stark, uns kann nicht stoppen. Das Abschlepp-Team all zum Einsatz. Was ist das für ein Zeug? Sieht so aus, als ist diese Höhle voll mit Schleim. Blaze, pass auf! So ein Rost. Das war knapp. Oh oh. Von der Straße fehlt ein Stück. Aber wie kommen wir denn jetzt auf die andere Seite? Hey, seht doch mal! Schalter! Diese Schalter können neue Straßenteile bauen. Dann los! Finden wir raus, welchen Schalter wir drücken müssen. Wenn wir den linken Schalter drücken, dann bekommt die Straße ein gerades Stück. Und beim rechten Schalter wird es ein gekurvtes Stück. Um auf die andere Seite zu kommen, welchen Schalter müssen wir da drücken? Den linken Schalter! Ja! Juhu! Es funktioniert! Seht mal! Da ist der Ausgang! Aber erst müssen wir auch hier noch die Straße reparieren. Vorher geht's nicht raus. Hm, es gibt wieder zwei Schalter. Welchen müssen wir drücken, damit die Straße wieder aus der Höhle herausführt? Den linken, genau! Gute Arbeit, Leute! Jetzt aber schnell zu Stripes! Abschlepp-Team! Bereit zum Einsatz! Halt durch, Stripes! Gerade noch rechtzeitig! Du bist ja ein Abschleppwagen! Halte durch, mein Freund! Du bist ruckzuck wieder hier oben! Komm schon, Blaze! Du schaffst es! Du brauchst nur mehr Drehmoment! Wir kriegen Stripes dann nur mit dem größten Drehmoment wieder rausgezogen, das wir bisher benutzt haben. Und zwar ein Drehmoment von 100! Wow! Zählt mit uns in 10er-Schritten bis 100! Sprecht mir nach! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Abschlepp-Tube! Yeah! Gut gemacht! Du hast es geschafft, Blaze! Du hast mich gerettet! Schlag ein! Oh Mann, fast hätte ich es vergessen. Mein Reifen ist ja kaputt. Keine Sorge, Stripes, das ist in Nullkommanix repariert. Los geht's, Abschlepp-Team. Hacken wir es an. Hey, der neue Reifen ist echt toll. Ja, der ist wieder der alte. Yippie! Das war toll, Stripes. Wie schön, dass es dir besser geht. Oh, das klingt wie Crusher und Picky. Hilfe! Sie werden weiter hochgetragen auf den superhohen Berg. Und um sie zu retten, da brauchen wir etwas, das fliegen kann. Wir brauchen einen Schneerettungshubschrauber. Wir bauen zuerst die Rotorblätter. Mit ihnen kann der Hubschrauber fliegen und durch die Luft steuern. Um die Rotorblätter zu bauen, ruft Rotorblätter. Rotorblätter! Jetzt brauchen wir noch ein Rettungsseil. Damit können wir unsere Freunde aus der Gefahr bergen. Um das Rettungsseil zu machen, ruft Rettungsseil. Rettungsseil! Oh, ja! Ich bin eine Schneerettungshubschrauber-Monstermaschine! Vorsicht, Blaze! Die Wolken da sehen aus wie Gewitterwolken! So ein Rost! Es ist ein Eisgewitter! Puh! Das war knapp! Um Piki und Crusher zu retten, müssen wir es schaffen, irgendwie an diesem Eisgewitter vorbeizukommen. Hey, ich hab eine Idee! Zerhacken wir die Rieseneiszapfen doch einfach! Ja! Wir zerhacken sie einfach hiermit! Mit den Hubschrauber-Rotorblättern! Mach dich bereit! Drei Eiszapfen fliegen auf uns zu! Helft mir, sie mit den Rotorblättern zu zerhacken! Zählt bis drei mit uns! Eins, zwei, drei! Ja! Hat geklappt! Wir sind gleich am Eisgewitter vorbei! Aber die Wolke schießt die allermeisten Eiszapfen ab! Sechs Eiszapfen! Helft mir beim Zerhacken! Zählt bis sechs! Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs! Schneerettung! Los! Oh nein! Sieh doch nur, Picki! Das sind Eisbären! In einem Whirlpool! Ach, keine Sorge, Crusher! Die Eisbären sind doch ganz weit da unten! Und wir hängen ganz weit hier oben! Ja, du hast bestimmt recht, ich meine... Wir fallen ja nicht gleich runter oder sowas! Wir müssen die beiden retten, bevor sie runterfallen! Dann wird es Zeit, Hubschrauber turboschnell zu werden! Damit ich turboschnell werde, ruft... Keep Speed! Keep Speed! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Haltet durch, ihr zwei! Wir bringen euch in Sicherheit! Juhu! Ja! Hurra! Hurra! Geschafft! Juhu! Hurra! Ihr habt uns gereitet! Seht mal, wo wir sind! Wieder auf dem Skihügel! Und du weißt, was das heißt! Wir können gleich nochmal Ski fahren! Hui! Wir fahren jetzt Ski! Wir fahren jetzt Ski! Wartet mal, ihr zwei! Wie wär's, wenn wir diesmal mit dem leichten Hügel anfangen? Kommt, fahrt uns hinterher! Wir zeigen euch, wie es richtig geht! Hui! Wartet auf mich! Wartet auf mich! Wartet auf mich! Wir brauchen was, womit wir ihm übers Wasser folgen können! Und zwar schnell! Ich weiß auch was! Das schnellste Boot der ganzen Welt! Ein Speedboot! Ja! Helft mit aus mir, ein Speedboot zu machen! Zuerst brauche ich einen Gleiterrumpf. Durch den kann das Speedboot übers Wasser flitzen. Um den Rumpf zu bauen, ruft Gleiterrumpf! Gleiterrumpf! Als nächstes kommt die Schiffsschraube! Wenn die Schiffsschraube sich dreht, schiebt sie das Boot vorwärts. Um sie zu bauen, ruft Schiffsschraube! Schiffsschraube! Zuletzt brauche ich zwei starke Motoren, damit unser Speedboot richtig schnell wird! Um die Motoren zu bauen, ruft Motoren! Motoren! Oh ja! Ich bin eine Speedboot-Monstermaschine! Spring rein, AJ! Und drück auf die Speedboot-Tube! Geht klar! Achtung! Oh Mann! Wo kommen die Kanonenkugeln plötzlich her? Ich glaube, ich weiß woher. Von den Piraten da! Ja! Kanonenkugel abfeuern! Die Piraten versenken wohl gerne Boote. Aber uns versenken sie nicht, denn ich hab eine Idee! Passt auf! Seht ihr den Felsen im Wasser? Er ist geformt wie eine Rampe. Ja! Und wenn wir mit unserem Boot schnell genug über die Rampe fahren, springen wir über die Piratenschiffe. Macht mit! Und helft uns wieder! Aktiviere die Tacho-Ansicht! Um über das rote Piratenschiff zu springen, müssen wir mit Tempo 30 fahren. Zählen wir in 10er-Schritten bis 30. Sprecht es mir nach! 10! 10! 20! 20! 30! 30! Juhu! Hey! Es klappt! Wir sind an dem roten Schiff vorbei! Oh nein! Crusher und Picky fliegen gleich in den Schleim-Vulkan! Rostfleck! Wenn wir sie retten wollen, müssen wir noch schneller fahren als vorher. Erhöhen wir unser Tempo also schnell auf 100! 100? Wow! So schnell sind wir bis jetzt noch nie gefahren! Aber wir schaffen das, denn wir können Turbo-Schnell fahren! Damit wir Turbo-Schnell werden, ruft Keep Speed! Keep Speed! Schauen wir auf den Tacho und kontrollieren, ob wir schon 100 fahren. Zeigt der rote Pfeil auf die Zahl 100? Ja! Ja! Juhu! Wir kommen, Crusher und Picky! Juhu! Hurra! Ihr habt uns gerettet! Gern geschehen, ihr zwei! Jetzt festhalten! Ballon-Hummel! Wir kommen zurück! Juhu! 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 Sie haben es geschafft! Juhu! Wir haben es geschafft! Oh, danke, danke, danke! Ach, aber gerne, Picky. Blazey! Ich bin so glücklich! Ich glaube, ich... Ich muss dich drücken! Haben wir gern gemacht! Haha! Klasse! Du siehst gut aus, Blaze! Ja! Hilfe! Schnell! Wir brauchen etwas, dass wir auf die Ausschaltknöpfe schleudern können. Oh, ich weiß was. Wie wär's mit... Essiggurken! Ich hab immer ein extra Glas leckere Essiggurken bei mir. Na klar! Her damit, Picky! Okay, zuerst zählen wir auf den roten Ausschaltknopf. Visierblick aktivieren! Wenn wir das Gummiband so weit zurückziehen, dann schleudert es die Essiggurke dahin. Trifft sie so den roten Knopf? Nein, sie fliegt nicht weit genug. Dann zieh ich lieber noch weiter zurück! Trifft die Essiggurke so den roten Knopf? Ja! Lass los, Picky! Essiggurke fliegt! Ja! Wir haben den Knopf gedrückt und einen der Saugarme abgeschaltet. Schnell! Zielen wir jetzt auf den grünen Ausschaltknopf. Wenn wir das Gummiband so weit zurückziehen, dann fliegt die Essiggurke bis hier. Trifft sie dann den grünen Knopf? Nein, sie fliegt zu weit! Oh, dann zieh ich lieber nicht ganz so fest! Trifft sie jetzt den grünen Knopf? Ja! Lass sie fliegen, Picky! Essiggurke fliegt! Ja! Wir müssen nur noch einen Knopf drücken, dann ist der Saugroboter abgeschaltet. Aber beeilt euch lieber, bevor der Saugomat auch noch die ganze Geburtstagsparty einsaugt! Oh nein! Der gigantische Staubsauger will unsere Luftballons einsaugen! Und alle Geschenke! Und die Torte! Wir müssen den blauen Knopf drücken, bevor der Saugroboter bei der Party ankommt! Oh oh! Mein Gurkenglas ist leer! Aber wir brauchen unbedingt noch eine Essiggurke für unsere Schleuder! Wartet! Ich weiß, was wir noch wegschleudern können! Schleudern wir einfach! Mich! Picky! Ja! Also dann los! Ich hab mich noch nie zuvor mit einer Schleuder weggeschleudert, um einen Saugroboter abzuschalten! Aber man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat! Sieht Picky das Gummiband so weit zurück, dann landet er hier! Trifft er so den blauen Knopf? Nein! Er fliegt nicht weit genug! Zieh noch ein Stückchen weiter zurück, Picky! Trifft er so den blauen Knopf? Ja! Los, Picky! Flieg! Ja! 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 Picky hat uns alle gerettet! Crusher! Hast du gesehen, wie mich die Schleuder rauskatapultiert hat? Boing, boing, boing! Und dann bin ich durch die Luft geflogen! Hui! Und dann, und dann, und dann bin ich ganz oben auf den Saugroboter geknallt! So, kapau! War das nicht toll? Hahaha! Äh... Crusher? Picky? Da bist du ja! Hol dich hier raus, schnell! Keine Sorge, Crusher. Ich weiß, wie wir dich rauskriegen. Wenn wir diesen Schalter drücken, dann schießt der Saugroboter alles dahin zurück, wo es hingehört. Oh ja! Dann schießt der Saugroboter alles dahin. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Und dann schießt der Saugroboter alles! Ja! Oh ja! Oh ja! Ja, weißt du, ich hatte noch nie zuvor meinen besten Freund aus einem wild gewordenen Staubsauger gerettet. Aber ihr kennt ja das Sprichwort. Man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat. Elektrische Aufladung! Elektrizität macht man früh und schwebt. Elektrizität gibt mir Strom. Finden sich kleine Teilchen, die Elektronen liefern Energie unseren Strom. Die Elektronen! Durchdrehte fließt der Strom in alle Maschinen und powert jede Ladestation. Wir tanken saft, starten durch mit Kraft. Elektrizität braucht man früh und spät. Elektrizität, Energie hast du sofort. Wenn sie fließt, wird auch zu Ort. Elektrizität braucht man früh und spät. Elektrizität gibt mir Strom. What? Da oben sind sie! Gabi! AJ! Wir kommen! Oh, oh. Da ist ein Verkehrsstau. Der darf uns aber nicht aufhalten. Also müssen wir irgendwie um den Stau herumfahren. Blaze! What? Da! Da ist ein Tunnel! Wir können durch den Tunnel unter dem Stau durchfahren. Komm schon, Blaze! Hier geht's lang! Wow! Ist das dunkel hier unten. Ich kann gar nichts mehr sehen. Na, da kann ich doch helfen. Elektrische Aufladung! Rostfleck! Wir sind in einer U-Bahn-Station! Wow! Zieh dir die Schienen an! Über diese besonderen Schienen bekommen U-Bahn-Züge den Strom zum Fahren. In den U-Bahn-Schienen fließt Elektrizität. Und wenn der Zug die Schienen berührt, fließt der Strom in den Motor und der Zug kann fahren. Also, den Strom haben wir ja jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Zug. Oh ja! Jetzt bin ich eine U-Bahn-Monster-Maschine! Wow! Das ist fantastisch! So haben wir die beiden im Nu eingeholt. Oh oh! Siehst du das? Da liegt was auf den Schienen und versperrt uns den Weg! Schnell, Blaze! Spring auf ein anderes Schienenpaar rüber! Helft uns, die Schiene zu finden, auf der nichts liegt. Auf welcher können wir sicher weiterfahren? Auf der gelben Schiene, auf der blauen oder auf der roten? Auf der roten Schiene! Ja! Da liegt nichts drauf! Festhalten, Wurz! Ja! Juhu! Geschafft! Oh oh! Und welche Schiene ist jetzt dran? Die gelbe Schiene! Spring rüber, Blake! Okay! Juhu! 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 Wir haben's geschafft! Ladies und Santa-Trucks, es wird Zeit, das Rennen zu starten! Juhu! 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 Bin bereit! Ich bin ja auch der Einzige hier! Juhu! 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 Es sind Blaze und AJ! Und Mats und Gabi, sie sind zurück! Rennfahrer, auf die Plätze! Juhu! 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 Jahuhu! Die sind direkt hinter mir. Ich muss was tun um sie aufzuhalten. Juhu! 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 Schimmelt. Hihihi! Oh! Davorn! Crusher hat die Rennstrecke blockiert. Nach! Das kann uns doch nicht aufhalten. Juhu! sell? hearted? Drückt auf die Tumel! Juhu! Was? Juhu! Juhu! Wir haben es geschafft! Was für ein elektrotastisches Rennen! Was für ein Finale! Sie haben die Menge hier wirklich unter Strom gesetzt! Juhu!